Du... Boah, du blöder Hund! Böhm... Böhm... Halt den Mund! Halt! Böhm... So, im Let's Place sind wir jetzt insgesamt viermal gestorben. Aber... Was wird das denn jetzt? Ich weiß nicht, zählen wir das dazu, wo ich mit dem Kürbis da runtergefallen bin? Ich meine, das hat uns ja kein extra Leben abgezogen. Also von daher... Merke ich mal, dass ich in die andere Richtung muss. I-kom-pom-pom! Äh... Leere Honigwabe! Leere Honigwabe! Leere Honigwabe! Leere Honigwabe! Leere Honigwabe! Achso! Wie komme ich immer da drauf, dass da oben... Ah... Jajaja, ich weiß schon, wie ich da drauf komme. Mh... So, du bist ruhig! Mh... 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 so ist der weg hier frei da hinten gibt es ein ginger zu holen hier bin ich ein bisschen vorsichtiger mit der kamera herr 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 Ja, sag mal. Ja, sag mal. Na also, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Doch, ich war sehr unhöflich vor dir gewesen jetzt. Wumm. Oh. Wer wagt es mich zu stören? Vergehen wird euch sehen und hören. Ich glaube, die können wir jetzt auch nur mit Ding zerlegen, oder? So, dann geht es hier mal kurz durch. Machen wir hier mal ganz kurz ein bisschen Kleinholz. So, schwuppdiwopp. Und Ruhe ist. Okay, ihr habt mich gespalten. Nun sollt ihr das Puzzleteil doch erhalten. Und wir sammeln hier mal schön die blauen Eier ein. Warum auch immer. Einfach, dass wir es haben. Man weiß ja nie, für was man es braucht. Ist zum Glück gar nicht nervig. Ist dieser Raum hier auch clean? Keine Sorge, ich werde jetzt nicht jeden Raum clean machen. Aber halt einfach. Dass es da ist. Ach ja, dann kommt das hier. Das ist auch leicht. So, hier müssen wir jetzt einen Code eingeben. Der ist so schwer. So, da haben wir es auch schon. So, dann machen wir gleich das hier. Die rostige Eimerbucht. Sieht hier auch so aus. So, dann tollen wir hier mal vier. Zack. Jetzt bin ich schon erschrocken. So, platt gemacht. So, das da ist hoch tödlich. Deswegen mache ich hier auch die Stammvertage, um da auf keinen Fall reinzufallen. Dass er auch sofort still steht. Dann fehlt nur noch das Blaue. Nein. Nein, 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 raus da. Nein, 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 raus da. Das gibt es ja nicht. Ja, toll. Banscho, man springt doch nicht in Giftmüll. Nein, nein. Oh. So, jetzt ist das Lauf, 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 Lauf. Hallo. auf lauf 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 an gesagt ja wohl Dann gehen wir jetzt mal ins Kittchen. Die gute Aldi-Kittchen hier. Juntach, Herr Schiffskoch. Ich wollte immer sagen, das Essen schmeckt nicht. Was? Das ist doch kein... Kein Grund, hier gleich unhöflich zu werden. So, hallo. Wow. Ja, toll. Raus da. Note. Wir gucken. Note. Alles vollgesäut hier. Igitt, igitt. So, kommt einfach mal so ein komisches Viech im Kühlschrank raus. Mei, oh, mei, oh, mei. Ungeziefer heutzutage. So, noch was? Nö, eigentlich nicht. Auch clean. Gehen wir wieder. Ja. So, den Bär und der Käfig haben wir gemacht. Da machen wir jetzt der große Schuppenmach, du liebe Zeit. Mein Freund heißt Snorkel. Okay, alles klar. Wir wollen nochmal da rein. So, zweimal Noten. Wow. Noch einer. So. Ja, ja, Liebesrohr, Liebesrohr. Ja, ja, und tschüss. Und tschüss. So, guten Tag, die Damen und Herren. Bitte einmal Maul halten. Upp. Ich glaube, so lang werde ich es doch nicht machen. Die roten Federn einzusammeln ist auch sinnlos. Nehmen wir einfach nur die Noten mit und verziehen uns wieder. Na, ich glaube, ich werde nur das hier machen und dann ist Feierabend für heute. Ich habe heute schon wieder genug aufgenommen. Morgen muss dann außerdem schon der erste Part raus. Ey. 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 Da ist übrigens der Code für die, die es nicht wissen. Also alle. Kann ja auch sein, dass ihr das Spiel kennt. So, bist du Liebesrohr, bist du Liebesrohr, du bist Liebesrohr. Oh Gott, dann bist du böses Wort. Dann ist da böses Wasser. Ja, das ist da unten, ist das letzte Puzzleteil. Da müssen wir ganz zum Schluss hin. Das ist das, wo ich gesagt habe, da werde ich sicher verzweifeln. Das ist das, wo ich gesagt habe, da werde ich sicher verzweifeln. Zweimal dran scheitere, maximal zweimal dran scheitere dann, weil ich das Offscreen machen, weil das ist wirklich eine Ver... Ja, ja, ich sag's jetzt einfach mal, eine verkackte Scheiße ist das. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber es ist einfach so. Das ist wirklich der schwierigste Puzzleteil im ganzen Spiel. Gibt's hier was? No. Gut. Dann haben wir es hier auch. Das können wir eigentlich gleich mal machen hier. So, da hinten ist das Puzzleteil. So, Moment mal. Wir haben 62 Noten, also ein paar fehlen uns noch. Na, mal gucken. So, dann tollen wir hier mal zwei. Weißt du, schön war gleich nochmal zwei. Secret. Das habe ich aus Zufall herausgefunden, weil ich einfach mal sinnlos da drauf rumgeschossen habe. Und ja, äh... Hallo. Da ist das Fenster gut. Hier sind Noten, die sammle ich mal ein. Und jetzt fehlt uns noch das gelbe Ginger. Na, das ist da hinten auf so einer Heulboje. Das gelbe... Ach, das blaue fehlt uns noch. Na gut, dann bekommen wir da hinten gar nicht das Puzzleteil. Das ist gut. Oh, guten Tag. Oh, die Barbe. Piranha. So erstickt der eigentlich nicht. Finde ich doof. Giftwasser ist Giftwasser. Ist eigentlich für alles giftig. Vielleicht ist es aber ein mutierter Piranha. So, 70, 71. Ach, da ist es. Das war ja leicht. Hilfe, ich bin gefangen. Befreit Snorkel von diesem Ding. Ja, das machen wir glatt. Wir tauchen einfach mal hier rein. Komisch. Hatte ich damit immer mehr Schwierigkeiten? Jetzt ist es eigentlich ganz easy. Jaja. Es sei denn, wir sterben jetzt hier. Energie ist ja voll. Dann bleibt das hier alles liegen. Und dann lichten wir jetzt mal den Anker. Danke, Leute. Hier, das habe ich gefunden. Es gehört euch. Jawohl, super. Aber schon das nächste. Ja, komm hoch. Da ist es doch. Da ist es doch. Und auftauchen, 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 auftauchen. Ja, ja, ja. Ist gut. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Puh. Geschafft. Die Luxuskabine. Da waren wir ja schon drin. Nein. Ich ins Wasser fallen. Mö, 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 mö. Meine Güte. So, war die hier? Ja, 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 ist gut. Nein. Nein. Boah, du. Boah. Sehr gut. Na gut.